Und damit ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto Shippuden Ultimate Ingestone 4. Wir sind hier bei Taka über alles unaussprechliche Furcht stehen geblieben und da werden wir jetzt mal weitermachen. Let's go! Mal gucken, haben wir in den letzten Part ja spannende Sachen gesehen. Also besser gesagt in den letzten paar Parts. Für euch kommt ja alles an einem Tag. Es geht nicht auf der Fall. Was auch gesagt, es ist in einer ganzen Ort zu bekommen. Ich meine und sage, ob ihr auch alle dabei beträchtet ist. Und das war ich Aufmerksamkeit von Sasuke? Ich glaube, es hat keine Frauen geschlossen und ich bin polysorgen. Ich habe wieder 잃ert. Ich habe schon schwebt. Soll ich nie an Schatten, dass ich das Schmerzen an. Sasuke-Kun habe keine Ahnung, wenn ich etwas tun habe. oh ja das heißt jetzt das für uns weil ich den google ok nie mehr mit mehr als 70 prozent gesondert gewinnen einmal mit mit so von hier sind treffen für eine 20er treffer kommen wir aus werde ich wahrscheinlich wieder mal nicht hinkriegen aber mit einer geheimen technik mal gucken jetzt mal mit oro shimaru kämpfen tja das war jetzt dümmer nicht klar du was hast du gemacht oro shimaru was war das denn der tobi scheint irgendwie besser zu sein aber das youtube ist nicht gerade das beste was er hat dankeschön das finde ich gerade dollar und ich habe sicher schon 70 prozent verloren und jetzt viel spaß nein dankeschön sorry dass ich gerade nicht reden konnte aber wir haben trotzdem über 70 prozent überlebt ok aber ich wüsste jetzt nicht wie ich dort 20 kombos hätte machen können das muss ich zuerst noch üben wie gesagt ich weiß jetzt endlich wofür man die dieses zeug braucht in der sammlungsdatei braucht man die kunai die masken und so die man hier gewinnen kann in der story wirklich bei der sammlung es gibt sachen die man sonst nicht kriegt ja er ist auf jeden fall wieder was cooles in diesem sinne dass man irgendwie sich verbessern muss um alles zu kriegen finde ich mal etwas nice dass du w w w w w w Was machen wir mit Sasuke? Ich verstehe. Das war's für dich. Kabut. Ich habe mich überrascht, aber... das war's für Orochimaru. Was? Das ist Kabut? Was haben wir mit dir gemacht? Du bist. Was machen wir mit Sasuke? Was machen Sie? Was machen Sie? Was machen Sie? Schau mal, Kali. Schau mal, Sasuke. Schau mal, Sasuke. Schau mal, Sasuke. Schau mal, Sasuke? Was? Sasuke, Sasuke? Warum? Ich bin jetzt nicht nur ich. Ich habe keine Angst, Sasuke. Ich habe keine Angst, dass ich ihm zu tun habe. Dann, Kabut, Sie haben Sasuke... Ja. Ich habe unsere Beleidung und die Beleidung der Schmerzen der Haßnahmen und er hat sich in der Liebe beobachten. Cool. Sasuke... Ich bin froh. Ich weiß es nicht. Ich habe das Wettbewerb nicht verletzt. Und das ist mein Wettbewerb. Und jetzt? Kommt er wieder zurück oder war das jetzt? Ja, das war alles. Harko über alles. Ende. Diesen Teil war dezent unnötig, aber für die Story indirekt relevant. So. Jetzt haben wir zwei neue Kapitel gemeistert. Also. Freigespielt. Der Mann, der man Caputo nannte spielen. Okay, oder doch nicht. Man muss wirklich oben durch. Die unendliche Reinkarnation des... Kann man das ein bisschen spulen? WTF? Das geht auch sechs Minuten. Ja komm, der Paar wird sonst zu kurz, Leute. Oh ja. Ja, sonst kommt man nicht mehr frei. Ist eigentlich die beste Idee, einen Psychopathen wieder richtig zu formen. Wenn er nicht mehr rauskommt, ist er nicht mehr normal. Also ist er immer noch der gleiche. Wenn er wieder befreit ist, hat er es erkannt. Ja. 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 jetzt dürfen wir den kampf nachspielen das ist wiederum eine geile szene mit situation gewinnen mit dreimal zu treffen und erleben bald mit einer game die schnick ob wir das schaffen was war das letzte ist das habe ich jetzt nicht wieder mit kaputus spielen kann vorgaben prüfen selber schrift mit einem gegner trifft treffen kommt schon gott das wird mir wieder ein spaß das war einmal new zu das getroffen hat das war das zweite ju zu was getroffen hat dankeschön dass der gegner hat auch geklappt nein na los wir schaffen das jo wir schaffen das du brauchst solche billigen tricks das finde ich nicht gerade toll dann würde ich mal mein dann bekommst du eben die kracht prügel die du verdienst auf die harte weise spendiert oder wisst ihr was dann habt ihr diesen kampf ein kampf mehr und kommt dafür schon in die story rein ah gott geh weg alter jetzt ging schneller langsam komme ich rein wunderbar ist klar jetzt muss es natürlich heimzahlen ist klar ja man ist klar du bist doch ein dreck schwein zum glück nützt diese technik nicht viel diese technik haben wir noch nicht gesehen nein dankeschön jetzt haben wir es geschafft kurz vor ende ja gut kurz vor ende ist ein bisschen übertrieben oder jetzt haben wir alles erreicht so läuft das bei uns tja und was kaputt ist ob er also wie er da rauskommt sehen wir wahrscheinlich im nächsten part von naruto schibuden ultimate ninja storm 4 zeit dabei